Hallo Freunde der virtuellen Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay und ich zock mit euch All-in-One Sports VR. Das Game kostet aktuell 19,99 Euro im Pico Store und ja, was kriegen wir hier geboten? Wir können Basketball spielen, wir können Bogen schießen, Tischtennis, Tennis und dann haben wir hier Billard, Golf, Baseball, Boxen, Bowling, Dart und Badminton. Also ganz viele kleine Minispiele dabei, die einen gefallen mir besser, die anderen nicht, weil es nicht so gut kann, aber insgesamt ein echt cooles Game und ich würde sagen, wir legen los. Ich würde sagen, wir suchen uns mal was aus. Dafür nehmen wir uns diese Figuren mit dem Trigger und legen die hier hin. Wir machen Einzelgame. Okay. Das ging ja super. Komm, komm. Der war schlecht. Der ist drin. Ha, da guckst du blöd. Na komm. Jawohl. Das müssen wir natürlich ein bisschen anders werfen. Ich finde es sehr schwer, die Kraft hier irgendwie zu dosieren, wie man wirft, weil man hat dann natürlich kein Gefühl vom Ball. Ach Gott, jetzt wird es ganz schwer. Boah, das kann ich gar nicht dosieren hier. Die von weiter weg? Die gehen ein bisschen besser. Aber die KI kann das sogar besser als ich, würde ich fast sagen. Aber man muss sagen, ist mein erstes Game, ne? Also, first impression. Okay. Okay. Ja, nehmen wir uns mal den Archery-Man. Wir machen immer Level 1, damit ich euch die Spiele zeigen kann. Und natürlich gibt es hier auch Multiplayer-Modus, aber ja, um zu zeigen, ist es immer besser, wenn man wirklich Einzelplayer zockt. So. Oh, okay. Nicht schlecht, oder? Ready. 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 Yes. Ha, gut. Du kannst einpacken. Ich muss nur warten. Satz gewonnen. Ready. Na komm. Ready. Ich dachte, wir müssen jetzt selber nachlegen. Oh, den habe ich eher ein bisschen schlechter gesehen gerade, weil ich noch ein bisschen verzogen habe. So, den Wind sehen wir ja auch immer. Den kann man natürlich mit einbrechen, aber war jetzt nicht wirklich notwendig. So, gehen wir wieder raus. Hot. Hot. Hot spielen wir natürlich, ne? Ist echt süß gemacht, finde ich, mit den Figürchen. Ja, Schatz. Bauch. Du bist drei Katz. Du bist der Karte. Wie bist du? Da ist ein paar Sorte. Ich schaue. Du bist der Karte. Ich geh. Leider. Wie bist du? Ah, immer wenn ich ein bisschen aggressiver ran will, Mann, ey. Ja, lauf, Junge, lauf. Oh, nein, das war der Alp-Budie. Dein Service. Ich weiß ja, ob ich das schuld bin oder das Spiel teilweise schuld ist. Game Set. Das war ein guter Schuss, äh, Ball. Da ist er auf. Der wollte ja einfach so ein bisschen übers Netz hauen. Mann. Ach, das kann doch nicht sein. Der lacht über mich. Aber zu Recht. Nee, da werde ich, da werde ich niemals warm mit werden. Tischtennis, Tischtennis bin ich genauso schlecht. Single play. Your service. Zero. One. Noch lachst du. Your service. Zero. Two. Na komm. Mann, ich bin so schlecht, ey. Your service. Ja, nützt aber auch nix. Hä? Guck mal. Keine Ahnung, was das gerade war. Your service. Service. Guck mal. Jetzt hole ich auf. Natürlich nicht. Aber wirklich, in Real würde ich genauso schlecht spielen. Das hat damit zu tun, wie man an den Ball rankommt. Man muss schon so eine Schlagbewegung machen, dass der überhaupt sich bewegt. Oder? Ja. Nee. Tischtennis. Und ich werden keine Freunde. Aber man muss sagen, es ist natürlich kein Eleven, ne? Das werde ich euch aber auch noch auf meinem Kanal zeigen. Nee. Wenn wir die Schmarr hier. Boah. Übelst. Billiards. So, Billiards. In Boxen kann ich bestimmt gut sein. Hoffe ich mal. Ganz smooth Musik. Wow. Der geht rein, oder? Kann ich denn jetzt meine Position hier wechseln? Hm. Der hat's drauf. Der hat's drauf. Der hat's drauf. Der hat's drauf. Die, der hat's drauf. Der hat's drauf. Der hat's drauf. was will das spiel von mir das ist kein spiel für mich auch nicht gar nicht aber wie gesagt ich spiel zum ersten mal von daher ich habe keine ahnung guck mal ich kann mir den auch drehen wie ich will das ist auch gut gut zu wissen ich weiß ich verstehe es nicht ok leute hatte eh keinen sinn hier gehen wir zum nächsten match über das bringt hier nichts weil ich wirklich nur die einzel spiele spielen zeigen möchte muss man nicht hier komplett alles zeigen von daher können wir auch mal wechseln und ja ihr könnt gerne und die kommentare schreiben wie schlecht ich doch bin habe ich kein problem jetzt schauen uns das mal an hier spieleinleitung wir suchen uns in den wurf scheinbar aus ok boah ja ich weiß Ist nicht euer Ernst. Ach nein! Ich müsste mich mal kurz neu kalibrieren hier, so. Damit rechnen sie nicht, ne? Oh, jetzt bin ich dran. Okay, nochmal. Ich muss mich, ich muss mich hier so, 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 so. So, Home Run, dafür reicht sie nicht, dafür reicht sie nicht, aber ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Lauft! Kein Home Run, aber die müssen erstmal laufen, um reinzukommen, das ist gut. Hätte ich glaube ich gar nicht nehmen müssen, weil der außerhalb des Dings war, oder? Oh, jetzt ist er böse, jetzt ist er böse. Boah, warte, warte schnell! Sehr gut gelaufen, die sind beide noch zur Station gekommen, zur Base. Also macht mir schon mehr Spaß als Tennis, aber es ist Geschmackssache. Wie gesagt, so Spiele mit Schlägern, wo kleine Bälle sind, also außer dem Baseball, sind gar nichts für mich. Oh Gott, jetzt muss ich aber schnell sein. Ha! Nicht mit mir! Lauft, lauft! Was war das? Nochmal, komm! Flieg! Okay, ist halt Level 1, aber... So, was machen wir jetzt? Oh, ich muss wieder werfen. Okay. Puh! Ball! 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 Oh, der hat... Der hat getroffen, der war blöd. Und die brauchen langem. So, den nehmen wir jetzt auch mal. Haha! Ball! Schwerk'ball! bioschreibern! 姐ing! Steregjauner! Ball! Ball! Na komm! Oh, der hat er! Raus mit dir! Das geht doch schon mal gut. Das kann nicht sein. Na komm. Den habe ich doch gut getroffen. Ja, aber der war auch nicht hier drin. Wenigstens das, wenigstens das habe ich gewonnen. Ja komm. Machen wir mal Golf? Oh je. Das gibt auch wieder nichts. Okay. Oh je, oh je. Da werde ich auch nicht ein ganzes Spiel machen, das dauert glaube ich viel zu lange. Oh guck mal wie schön der kommt. War doch gar nicht so schlecht. Fahrt mich bitte dorthin. Oder? Fairway. Aha, okay. Ja komm, wir nehmen den. Gut. Der ist direkt drin. Oh, ich bin im Sand gelandet oder? Rough. Ne, nicht ganz. Nicht ganz. Okay. Nice birdie. Mission success. War ja gar nicht schlecht. Wie gesagt, die sieht ganz nett aus. Boxing. Ich liebe, ich liebe VR-Boxen. Single play. Jetzt bin ich gespannt was das ist. Kann das mit Thrill of the Fight mithalten? Fight. Komm. Bleib, bleib dort. Bein. Bein. Komm. Boah, ist das Fallobst. Komm, der steht nie mehr auf. Der steht nie mehr auf. Der steht nie mehr auf, lass es doch. Sechs, sieben, bein. Aber darf man mit hellem Boxen? Komm, da können wir euch jetzt nochmal einen machen. Das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Auch gegen eine Frau. Bisher die ganzen Mini-Spiele gefallen mir echt gut. Auch wenn ich in manchen richtig schlecht war. was wir auf der Fall ist ein bisschen härter. Eins... Ja. Okay, was für auf der Fall ist ein bisschen härter, aber gefällt mir, wird mit Sicherheit auch schwieriger, dann haben wir hier noch Dart, haben wir auch selber eine Scheibe zu Hause, aber ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Ich gehe eigentlich gerne auf die Triple 20, probieren wir mal. Oh, ganz nett gemacht, dafür, dass ganz kleine Minigames sind. Mist! Ach nein! Oh Gott! Okay, eins, nein. Mach noch eine Eins, ja, ja, mach nochmal. Okay, kann ich mit leben. Ich habe einen versemmelt, jetzt aber nicht mehr. Mach auch nicht gut. Auch nicht wirklich gut gewesen. Oh, Triple 15 war übel. Und dann noch eine 20. Junge, komm, wir probieren mal Triple 19. Ja, nee, ist klar. Nee. Da habe ich noch weniger Gefühl als beim Basketball. Aber wenn man mit mehreren Leuten spielt, ich denke mal, das ist ganz witzig. So, mein in die Mitte? Single Ball. Immerhin. Double. Nein. Jawohl. Single Ball. Oh, ich glaube, der gewinnt. Wenn der nicht gerade ganz blöd ist. Okay. So, die 3 und dann die Triple 20 wäre ganz nice. Double. Double. Komm, wir machen mal jetzt die 3. Single Ball. Ach, nein. Ich wollte auf die 3. Das mit dem Überwerfen ist natürlich jetzt auch ein Problem, ne? Triple. Die 9 sind. Komm, komm, komm. Ah. Boah. Wrong. Ich habe nicht gewonnen, aber war trotzdem cool. Dann haben wir noch Bowling. Single Play. Die Figürchen sehen echt geil aus. So. Wie macht man das? Eine Kugel nehmen. Und dann loslassen. Okay. Und dann kann man den noch ein bisschen drehen. Mit dem quasi ihr Fee geben. Okay. Der kommt gut. Gut, gut, gut. Ah. Komm, die Rose. Die bringt Glück. Yes. Und du? Ach, nein, ne? Wo ist meine Orangen? Äh, die Rose. Na, komm, muss man hierher. Müssen wir die nehmen. Ne. Oh Gott. Oh Gott. Die war ganz schlecht. Zero. Five. Boah, der ist mehr weggegangen, als ich dachte. Boah, der ist mehr weggegangen, als ich dachte. Boah, der muss ein bisschen weiter nach rechts kommen. Ich glaube, ich glaube, sieht nicht so gut aus. Ich glaube, sieht nicht so gut aus. Ach nein, die Äußeren. ja ist klar in the gather row oder die arangen die sieht schön aus ja passt jetzt probiere ich mal den mit efe nach rechts zu machen und aber klar das war klar ja jetzt mach nach jetzt mach nach macht er auch noch bestimmt oder die haha und der nicht ab ne sie schuldigung iron iron she herrlich, haben sie das gesehen? komm her ok langsam läuft es aber würde ich sagen unser zugzwang jetzt, du wirst ein bisschen nervös kann ich mir vorstellen, wäre ich an deiner stelle auch aber es ist nur ein spiel, ich habe eben schon im tennis verloren na komm, den versuche ich mal zu drehen ja komm komm oh mein gott und ich darf nochmal ne ich habe die einfach mal haus hoch beim letzten wurf habe ich die taktik geändert oh badminton oh je ich habe echt ein problem in meinem platz, das muss man natürlich auch wissen ah, ich bin blöd den hätte ich ein bisschen anders werfen müssen oder schlagen müssen na komm zue zwei ah das will ich auf keinen fall verlieren jetzt Auf keinen Fall. Ah, scheiße. Oder doch? Das ist ein realistisches Windgefühl hier. Your Service. Kann ich denn auch so? Oh Gott. Ich wollte, dass der so gerade so bei dem am Netz kommt. Na komm. Nochmal. Nochmal. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. So, jetzt machen wir ein zu Null-Spiel hier. Your Service. Wie macht man die Dinger? Mann. Na komm. Ach. Ja, ja, ja. So läuft das. Wenn man gegen Sebastian spielt. Da kriegt man auch mal sowas geschenkt. Mann. Komm. Boah, ich bin... Ich bin so... Ich würde mir das Ding am liebsten gegen den Kopf hauen. Mann. Ruhig bleiben. Konzentriert. An die Sache rangehen. Na, out. Da weiß ich nicht, wie ich den dann so schnell nach unten kriege. Dass er nicht nur hoch geht. Dafür habe ich hier zu wenig Gefühl drin. Ein Spiel der Gefühle ist das. Oh. Okay. Ich gebe auf. Ich weiß, wann ich mich geschlagen geben muss. Ja, Leute. Das war All-in-One-Sports VR. Ich war in manchen Games gut. In manchen war ich grottenschlecht. Dann wieder mittelmäßig. Aber alles in allem, muss ich sagen, hat es mir gut gefallen. Es sind ein paar richtig schöne Minispiele dabei. Genau. Hier haben wir auch noch mal die Möglichkeit, unseren Avatar abzuändern, wie wir den haben wollen. Wir können hier solche Haare machen. Und so weiter und so fort. Können wir noch einen kleinen Helm aufsetzen. Oder sowas hier. Also da sind uns keine Grenzen gesetzt. Ist auch noch mal ganz witzig. Und hier haben wir mal raus. Ja, wie gesagt. Diese ganzen kleinen Minispiele sind echt witzig. Man kann hier einen Multiplayer machen. Hat man mit Freunden Spaß. Also top. Also ich finde es ganz gut. Ist gelungen. Für meine schlechten Ergebnisse kann man nichts. Man kann aber das Spiel nichts für. Für Tischtennis. Hier war ich nicht ganz so schlecht wie im Tennis oder im Tischtennis. Aber ja, habe auch nicht gewonnen. Aber wie gesagt. Mir hat es gefallen. Wie gefällt euch das Game? Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja. Falls euch das Game jetzt hier oder das Video gefallen hat. Würde ich mich natürlich auf ein Abo freuen. Like nicht vergessen. Und ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.